Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3272 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Apothekerberuf erfordert ein Pharmaziestudium mit Staatsexamen und ein praktisches Jahr in einer Apotheke. Ist das alles für mich? Warum machst du mir so viele teure Geschenke? Die Daten stimmen überein. Jetzt müssen wir nur noch den Keller überprüfen. Die Daten stimmen überein. Jetzt müssen wir nur noch den Keller überprüfen. Die Daten stimmen überein. Jetzt müssen wir nur noch den Keller überprüfen. Du machst das gut mit dem Training. Jetzt sind es nur noch drei Kilometer bis zum Parkplatz. Du machst das gut mit dem Training. Jetzt sind es nur noch drei Kilometer bis zum Parkplatz. Mein Mann hat mir seine Kreditkarte gegeben. Mein Mann hat mir seine Kreditkarte gegeben. Das muss ich nutzen. Mein Mann hat mir seine Kreditkarte gegeben. Das muss ich nutzen. Warte einen Moment. Ich werde das recherchieren. Gleich haben wir das Ergebnis. Ich muss mir dieses Teil mit einem Mikroskop genauer ansehen. Von April bis September gibt es am Strand verschiedene Sorten Soft-Eis. Von April bis September gibt es am Strand verschiedene Sorten Soft-Eis. Ich hoffe, der Koffer passt noch ins Auto. Warum nimmst du immer so viele Sachen mit in den Urlaub? Ich hoffe, der Koffer passt noch ins Auto. Warum nimmst du immer so viele Sachen mit in den Urlaub? Ich hoffe, der Koffer passt noch ins Auto. Warum nimmst du immer so viele Sachen mit in den Urlaub? Davon überzeugst du mich auch mit zusätzlichen Argumenten nicht. Davon überzeugst du mich auch mit zusätzlichen Argumenten nicht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Investition in Aktien hat sich gelohnt. Mein Vermögen hat zugenommen. Mit meiner Schwester habe ich immer Kontakt. Mit meiner Schwester habe ich immer Kontakt und wir treffen uns oft persönlich. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Ich muss etwas für meine Gesundheit tun. Es wäre gut, mich besser zu ernähren. Es ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie ich diese Aufgabe lösen soll. Kannst du mir helfen? Ich kann die Flasche nicht öffnen. Ich kann die Flasche nicht öffnen. Der Deckel klemmt. Ich habe mich zwischen den beiden Autos versteckt, damit die anderen mich nicht finden. Ich habe mich zwischen den beiden Autos versteckt, damit die anderen mich nicht finden. Die antike Münze wird ganz vorsichtig gesäubert. Die antike Münze wird ganz vorsichtig gesäubert. Die antike Münze wird ganz vorsichtig gesäubert. Ich möchte, dass es meinem Kind gut geht. Ich möchte, dass es meinem Kind gut geht. Deshalb ernähre ich mich gesund und trinke keinen Alkohol. Ich habe gerade ganz aufregende Dinge erfahren, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Ich habe gerade ganz aufregende Dinge erfahren, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Ich fühle mich wohl, wenn ich die Sonne auf meiner Haut spüre. Ich fühle mich wohl, wenn ich die Sonne auf meiner Haut spüre. Mir geht es nicht gut. Ich habe wieder Migräne. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.